Fritz Wepper muss einen schlimmen Verlust verkraften. Gestern wurde die traurige Nachricht bekannt, dass sein jüngerer Bruder Elmar Wepper verstorben ist. Der Schauspieler wurde 79 Jahre alt und er lag vermutlich einem Herzversagen. Die deutsche Film- und Fernsehwelt erinnert sich liebevoll an den der Kommissar-Darsteller, unter anderem seine langjährige Kollegin Uschi Glas. Nun bricht Fritz sein Schweigen zum Tod seines Bruders. Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen, erklärt er bildtieftraurig. Seinen kleinen Bruder nicht mehr um sich zu haben, trifft Fritz schwer. Dieser seelische Verlust ist durch nichts auszugleichen, führt er weiter aus. Die beiden Brüder waren immer eng miteinander verbunden. Durch Fritz, der schon als junger Mann in zahlreichen Rollenerfolge feierte, kam Elmar zur Schauspielerei. Er übernahm sogar eine Rolle von dem heute 82-Jährigen. Ihr liebstes Hobby war das gemeinsame Fischen am Chiemsee. Die Geschwister vereinbarten noch zu Elmas Lebzeiten, nebeneinander im Familiengrab beigesetzt zu werden. Er übernahm